Es ist mittlerweile so weit gekommen, dass wir Witze über die Vorstellung des Teufels machen. Aber das ist eine Lüge des Teufels, die nur darauf abzieht, uns von seinem wahren Wesen abzulenken. Was ist los mit dir? Als hätte irgendwas durch mich gesprochen. Ich erinnere mich nicht daran, das gemalt zu haben. Das ist Mami's und Daddys Haus. Sie sind tot. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Wir sind seine Schachfiguren. Wir sind seine Dämonen auf der Erde. Er benutzt uns dazu, seine unaussprechlichen Taten durchzuführen. Wir stillen seinen Hunger. Ihr letztes Werk ist wundervoll verstörend. Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht malen. Darauf Opfer zu bringen. Er wird sich in ihrer aller Seelen schleichen. Er ist keine Maske in einem Halloween-Geschäft. Er ist nicht das, was man in Filmen sieht. Er ist eine tatkräftige, gewaltbereite, personifizierte Wirklichkeit. Nur das Benzin? Er hat recht. Du bist die süßeste Leckerei von allen. Du bist die süßeste Leckerei von allen.